Du musst doch gleich irgendetwas töten, damit ich denn erfüllen kann. Das ist glaube ich das letzte deine Blutnähe. Ich bin 4,5 Millionen Kilometer weit weg. Irgendwann können wir Tier-Helperter bauen. Dann ist das Leben angenehmer. Gut, ich habe jetzt hier auch 135 Männlein. Ja, und dann haben wir ein Weiblein. Na ja, wenn wir Männlein und Weiblein haben, dann ist gut. Dann können wir die Paare und dann haben wir auf jeden Fall. Für jeden. Für jeden Ampeter. Ampeter. Parker. Kumpel, darf ich dich jetzt? Bitte essen! So. Was hat er denn da? Ähm, jetzt brauche ich eine Fleischbote. Aber ich habe schon gesehen, eine Schildekröte. Ich gucke gleich mal, wo ich die Teile herkriege. Ich habe jetzt einen Parasaurus. Mit Toxic? Ja, dann kriegst du runter. Mensch, du! Ja, so lange du dich nicht hinlässt, denn du penst direkt. 3.400 Leber, so viel Fall gar nicht. Ist ja eigentlich ja klar, dass ich direkt so... Du tust so, als ob die nicht hier überall rumrennen werden. Ich kann die Paare aus Twitter auch so was mache ich nicht. Geh doch einfach mal. Ist das ein Weibchen? Ein weiblicher Paarer? Keine Ahnung. Ja, denn noch warum? Paarer? Ein Paarer? Ein Paarer? Oh, jetzt hat er Durst. Ich habe doch keine Zeit. Kannst du atmen? Zum Beispiel. 5-8-Jahr-Dodo. Oh! 6-Jahr-Nakotik-Dodo. 50.000 Leber! Nekrotik! Nicht anfassen! Nekrotik! Nekrotik! Nicht anfassen! Böse! Ja, 50.000 Leber! Dafür brauche ich vier Millionen Pfeile! Und dann Bogen auf jeden Fall! und doch einer schon nicht von ich kann aber mit das mit so viel gehört das war nicht lustig ist das reiches metall vorkommen oder ich hab ein paar aus ja das machen ach so ja den habe ich gerade unterwegs er habe gesagt schon mal gerade ein paar narkotik und alles mit ich mache dann gleich narkosemittel und ich versuche das noch ein weibchen bekommst dann können wir die paaren dann haben wir auf jeden fall immer welcher vor ort und ich habe schon ein weibchen gefunden das lege ich gerade und dann zähm ich gleich ja ich kümmere mich dann gleich um das ein weibchen bei uns wenn man aber kein mal ist ich ich werde die ganze zeit in der press nähe von einem Alfa Fieschum Entschweben? Nee, will ich nicht kennen. Nur wo war jetzt das, das, das dämliche... Wer du mit dir, Hannes? Die Massage? Du Misty, ich brauchst nur noch eins. Ich versuch grad... ...eine Schilde Kröte zu legen. Eine Toxic. Da ist der Alfa Piet. Aber die geben ihr, soweit ich weiß, auch nichts. Der Loot ist nicht immer gegeben. Manchmal gibt ihr, ähm... ...ein Toxic Fiesch immer was... ...und ein Paybit nur alle 10 Stück. Das ist normal. Das ist bitter. Ja. Nicht so lecker. Das ist eine bittere Pille. Ich hab ein paar Bankgeist. Ja. 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 Ja, das ist schon mal schade. Oh, da ist so viel. Ach, da ist gleich wahrscheinlich auch noch ein Bild. Oh, kaputt. Irgendwas ist immer... Irgendwas ist doch... Zum Thema Bogen. Einen müsste ich schnell reparieren. Ich hab's noch kein Problem. Hier ist... Ah, ist das deiner? Dein Pete? Der ist doch noch nicht. Nee, der, der hier wandert, weil der hat noch Taufer. Ja, der ist... 140er. Ja, das ist das Weibchen. Ich schieße ein Nascheltkötchen in den Arm. Ich habe Spaß. Ach, wenn ich um Spain schieße, ist das schlimmer, als wenn ich um den Schwanz schieße. Ja. Sag ich das genau. Das ist meine Mehrheit. Ich als Mann wäre jetzt noch starb. Das war jetzt nix. Ich als Mann wäre jetzt davon ausgegangen, dass du Schwanz mehr wehtut. Ja, bist du falsch ausgegangen. Du bist kein Kerl. 1600, also so ein zweijahr dürfte ich fertig sind. Ich warte mal. Ja, dann geht's schon noch. Ich bin super langsam. Das Gute ist, dass die ja echt strunzummelblöd sind. Und super langsam. Das Gute ist, am Essen haben wir keinen Mangel, denn ich tue den sauernd Trinobites. Aber so rein technisch gesehen, ist er jetzt gerade voll im Trend mit dem ganzen Piercing zum Gesicht. Ja. So rein theopraktisch. Und da haben wir sogar reiches Vorkommen. Junge, mein Gehirn. Ja. Ja. Ich habe vier Meter großes Bähnen und ich treffe es nicht. Alter, wenn ich jetzt einen langsame... Ne, das ist nicht dein Zimmer. Ich möchte dir bitte in den Kopf schießen. Ich klemme hier. Scheiß Pteranodon. Das war knapp, Alter. Du hast ihn aber gar nicht. Auf jeden Fall. Aber sonst findet er noch nicht. Boah, Alpha. Wir sind aber recht langsam, weil du kannst ein bisschen wegrennen. Ich fange ab jetzt an, jeden Tag 100 Liegestütze zu machen, bis ich geklatsche habe. Ey, du weißt schon, ob du die Liegestütze hast. Ja, guck mal, ich renne den ganzen Tag. Ja, dann hast du dich hinbetonieren. Ja. Eintopfen. Durch eintopfen. Du hast dich hintopfen, genau. Hast du bestimmt auch mollisch warm. Minischens. Diese schöne Docknote. Irgendwo ist doch grad ganz klar. 145er weiblicher Parasaurus. Läuft. Haben wir, sagst du. Der andere ist auch gezähmt. Gut. Das bräuchte jetzt irgendwo. Da hörst du nur noch. Sollte mal langsam Kibbel machen können. Na da. Na ja, ich geh den jetzt holen. Geh dann nach Hause. Ich hab ein bisschen Metall geholt. Das dürfte reichen fürs erste für Armbrüste und so. Und dann können wir mal loslegen hier. Und wenn ich reiche, musst du denn? Ja. Ja. Ich stehe nicht verpackt. Ja, ich geh ja auch den Armbrüste aus. Ist das einfacher? Ja. Oder muss ich auf jeden Fall zweifelt gewesen sein damals. Der Radon. Der Radon. Der über 150er für hier oben ja. Guck mal, er kommt. Ganz langsam. Ich kann sagen, die Parasaurus sind für der Anfang ganz schon praktisch. Nein, 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 nein. Hau ab. Ab. Brünen kaputt. Wie ganz rennen sie. Ich kann auch genervt sind. Was brauch ich? Äh. Freunde. Ne, ich brauch keine Freunde. Wer ist Fasern? Das ist der... Ich kenn keinen Fasern. Das ist der Kollege von Ersan. Ach so. das kann nicht sein dass ich vier stunden brauchen so blöder jetzt geht es geht es geht es schon klar wie ich immer wieder da ja wo bist du okay ich warte darauf dass dieser scheiß dinge zimmer landet der peter peter 2 2 an der doppelte hier was soll ich denn abholen ich brauche meine haupt so fällig dass dieser terran oder nicht runterkommen kann das ist auch toxik leder ja das brauchen wir auch die ganze nacht gebraucht und so scheiß schildbritze was ist mit dir dann komme ich jetzt schnell nach hause geläuft dann komme doch mal ganz schnell nach hause geläuft dann komme doch mal ganz schnell nach hause geläuft ich bin levin 39 ich bin nur der halbe strand am lang guck mal einhorn holen holen wir einen terranotonsattel oder baue mir einen terranotonsattel was ich ja nicht wahrscheinlich damit kann weil aus irgendeinem grund da habe ich bin ich bisher nur ende wirklich die wir haben nicht genug leder die verfehlt dann alles das ist übrigens ein eifer ach ne dann kommst du von der anderen richtung kein helper wärs geil die kameras keine die kameras keine keine Weil wir Seeds und seltene Mushrooms brauchen. Dann ist es ja ein toller Pilzen, dass ich jetzt regulär aufkomme. Wie viel Leder brauchen wir? Äh, 143 glaub ich. Gehts ja noch. Äh, was brauch ich noch essen. Wie gesagt, der eine fliegt nicht. Da liegt irgendwas rumlaufen, was ich mal schnell wegschießen kann. Ich hätte gesagt, du, da soll man jetzt lieber durchdürfen. Sobald es keiner ging, oder? Nein. Sonst hätte man genug. Ja. 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 Dann ist es halt so. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir auf jeden Fall immer eine auf Fahrrad hann. Wut er halt einfach gekippelt. Damit wir schnell noch mal Có Corporate Garnath. Ja. Ja. M chor einfach darum. Zur Not muss man halt noch anders säben. Aber es ist halt jetzt so. Dann jetzt mit Toxic Viechern anzufangen wäre sehr gut. Ach, schmal jetzt an den Arm tiefer und dann gucke ich mal an dem Potent Narkotik. wie das dort aussieht bist du überhaupt schon das level für eine anbrust was hast du da bist du schon das level für eine anbrust das war mein und dann geht es ja noch also wir brauchen dringendheit ich finde da nichts was ich ich wollte mir auch gerade eine machen wenn hol sie da naja schon gut wie wir alle immer zur gleichen zeit machen in einem tag kann man es noch mal prüfen Ich glaube, wir lassen das selber doch an. Sag mal, bin ich ein so verfruchtetes Parasaurus Ei? Oh, Hund. Das war der Alpha-Brachio, der Töter. FHP? Ja, geht noch. So, ja. Geht's so gut? Unsere Balls geben keinen, äh, keinen Leder, gell? Los, Papa, zähm ihn an. Wer gibt keinen Leder? Rello Balls. Nö. Mein Hund juckt es. Warte mal, ich will. Nö. Du du Priestieritz beides? Belgrat es ins F Legisliva. Du bist nie drin, ich parah kann. Nö. Das ist immer so kil 65 Gefängnispult. Du denkst schon mal auf dem Boden. Wirklich, das Zeug ist auf dem Boden Alright. Es ist deutlich als ComputerEPUN. Ich brauchst du dir alles.